Dortmund an Tag 1 nach Titel 1 in dieser Spielzeit. Auf Supercup-Sieg gegen die Superbayern folgt Saisoneröffnung. Und man spürt, eröffnet ist seit gestern offiziell auch die offene Jagd auf die Meisterschaft. Ich denke, dass wir diese Saison auf jeden Fall Meister werden. Wir holen die ein. Und wir hoffen, dass da dieses Jahr ein weiterer Titel mindestens folgen wird. Wunderbar, den Bayern erst mal gezeigt werden, der Meister wird. Erstes Ausrufezeichen gesetzt. Dortmund aktuell wohl mindestens auf Augenhöhe. Und wir haben trotzdem verdient gewonnen. Wir haben jetzt sieben Freundschaften. Ja, stimmt. Und deswegen die schwarz-gelbe Brust. Breit wie lange nicht. Kommt von Sage Richtung München. Dieses Jahr sollen sie endlich fällig sein. Die Bayern. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Bayern mit der zweiten Mannschaft angetreten ist. Das waren die besten Spieler, die die im Moment haben. Und ja, lässt Gutes hoffen. Ich ehrlich finde die Bayern nicht ganz so stark wie letztes Jahr. Ich glaube, dass der Angriff auf die Bayern jetzt auch gerechtfertigt ist, auch das mal von Anfang an der Saison zu sagen. Wir sind dran. Wie sagt man immer? Auf Augenhöhe. Ja, also ich denke, wir haben eine geile Truppe und wir kriegen das hin. Stichwort geile Truppe. Beim personell nochmal aufgemotzten BVB scheint es richtig gut zu passen. Viele kannte ich schon. Viele, die ich noch nicht kannte, waren sehr nett. Außer Paco. Aber sonst war es sehr entspannt. Nee, war sehr gut. Wir haben in den letzten Wochen ja allgemein über die Zeitung genug geäußert, was wir diese Saison erreichen wollen. Ich glaube, dass das mit der Mannschaft möglich ist. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und ja, vielleicht reicht es ja dieses Jahr, die letzte Saison zu toppen. Erstmals seit Jahren spricht man in Dortmund schon vor der Saison ganz offen von der Meisterschaft. Die Überzeugung so groß wie lange nicht, dass dieser erste Titel nicht der letzte bleibt.